Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 475 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ralf freut sich. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Die Entwicklung des Projekts geht weiter. Ralf freut sich. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Die Entwicklung des Projekts geht weiter. Ich habe es euch versprochen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich danke euch allen für diesen Erfolg. Ich habe es euch versprochen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich danke euch allen für diesen Erfolg. Ich habe es euch versprochen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich danke euch allen für diesen Erfolg. Mein Name ist Lisa. Bevor ich morgens mit der Arbeit beginne, starte ich mit einer Tasse Kaffee. Mein Name ist Lisa. Ich erhalte eine Textnachricht von meiner Kollegin Angela. Sie kommt heute etwas später ins Büro. Angela sollte mir sieben Bücher aus der Bibliothek bringen, aber sie kann sie nicht finden. Ich erkläre Angela, in welcher Abteilung der Bibliothek sie diese Bücher finden kann. Ich erkläre Angela, in welcher Abteilung der Bibliothek sie diese Bücher finden kann. Ich erkläre Angela, in welcher Abteilung der Bibliothek sie diese Bücher finden kann. Angela hat die Bücher endlich gefunden. Es hat lange gedauert. Sie ist erschöpft. Angela hat die Bücher endlich gefunden. Es hat lange gedauert. Sie ist erschöpft. Ich habe jetzt alle Bücher, die du brauchst, und ich werde sie dir morgen bringen. Danke, dass du die Bücher für mich aus der Bibliothek geholt hast. Morgen beginne ich dann mit der Recherche. Danke, dass du die Bücher für mich aus der Bibliothek geholt hast. Morgen beginne ich dann mit der Recherche. Danke, dass du die Bücher für mich aus der Bibliothek geholt hast. Morgen beginne ich dann mit der Recherche. Regina klopft an meine Tür. Ich habe sie schon erwartet. Wir wollen etwas Privates besprechen. Regina klopft an meine Tür. Ich habe sie schon erwartet. Wir wollen etwas Privates besprechen. Ich kann es auf einem Tablet viel besser sehen als auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm. Ich kann es auf einem Tablet viel besser sehen als auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm. Ich kann es auf einem Tablet viel besser sehen als auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm. Ich habe erst lesen gelernt, als ich erwachsen war. Jetzt kann ich ganze Bücher lesen. Ich habe erst lesen gelernt, als ich erwachsen war. Jetzt kann ich ganze Bücher lesen. Ich habe erst lesen gelernt, als ich erwachsen war. Jetzt kann ich ganze Bücher lesen. Ich muss erst noch einige Einkäufe erledigen, deshalb komme ich heute später ins Büro. Die beiden Schüler interessieren sich nicht für den Unterricht. Die ersten Geigen wurden im 16. Jahrhundert in Italien hergestellt. Einige der heute noch gespielten Geigen sind 300 Jahre alt. Einige der heute noch gespielten Geigen sind 300 Jahre alt. Ein Springbrunnen ist eine besondere Attraktion. Mehrere Wasserstrahlen steigen in die Höhe und fallen anschließend ins Becken. Ein Springbrunnen ist eine besondere Attraktion. Mehrere Wasserstrahlen steigen in die Höhe und fallen anschließend ins Becken. Bevor ich mich entscheide, muss ich zunächst in Ruhe darüber nachdenken. Treppenlaufen verbessert Ausdauer, Schnelligkeit, Konzentration und Koordinationsfähigkeit. Marina lächelt und hat Smiley-Symbole in beiden bunt bemalten Händen. Marina lächelt und hat Smiley-Symbole in beiden bunt bemalten Händen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.